Herzlich Willkommen zurück zum Let's Play Package Inspektor. Wir sind in Folge Nummer 13, in Jahr Nummer 13. Und ohne Großgesabbel geht's gleich weiter. Die Packlisten sind unsicher. Niemand kann kontrollieren, ob der Inhalt wirklich mit der Liste übereinstimmt. Zumindest bisher nicht. Im Kampf gegen Schmuggel wurden uns Scanner zur Verfügung gestellt. Mit jedem Paket erhältst du nun ein Bild zur Überprüfung. Du weißt, wie es läuft. Scans erlauben es, uns in Pakete zu schauen. Hierbei ist es wichtig, zu prüfen, ob auf den Packlisten wahrheitsgemäße Angaben gemacht wurden. Drogen und Lebensmittel werden erkenntlich sein. Aha. Interessant. So. Die Preisliste ist immer noch aktuell. In der Vorversion hat die sich nämlich immer verändert. Das war sehr nervig. So. Jetzt haben wir Golzka als verbotene Länder. Also vier. Das war es gerade eben schon. Golzka, Floristan. Wo sind wir? Hier. Vier. Und Odums. Das ist diese hier. Die waren auch schon mal verboten. Ich werde es wahrscheinlich nur noch von irgendeiner Stelle vergessen. Verbotene Gegenstände Drogen. Wer schreibt mir jetzt hier? Ah ja. Naja, geht so. Okay, Stefan. Könnte also besser sein. I see, I see. So. Ich würde mal sagen, schauen wir uns den Käse mal an. Ziehen wir an der Schnur. Das erste Paket, bitte. Jetzt übrigens Featuring Licht. Möllchen war das Ei. Das ist korrekt. Dann habe ich irgendwo Pulver gesehen. Dann schauen wir auf den Scan. Das sind Blurs. Soll der Käse hingehen nach Ozzoron. Das heißt, der Inhalt kann mir egal sein. Wir leuchten mit der Schwarzlichtlampe ab und suchen nach dem Lurich. Und da ist er. Ha! Dieses Mal klappt es hoffentlich. Holy moly. Ah. Als erstes Eindruck bestest. Dann. Kommt das Ding aus Krimminia. Das ist richtig. Packliste. Sehen Drogen immer gleich aus? Ja, Tütchen halt, ne? Gut. Ähm. Ach, das ist eine Saatkugel. Ich dachte, das wäre ein Keks. Aber okay. Alles klar. Wir leuchten ab. Äh. So. Drogentest war ja negativ. So, dann kann das Ding ja weiter. Ist nix drin. Neun. Wie schwer ist es? Acht Kilo. Inland fünf. Plus. Eins sind sechs. Plus drei sind neun. Ist da noch ein Tiefkühl? Nein, das Ding ist in Ordnung zum Weiterversenden. drin. So. Als erstes einen Drogentest. Wo ist das Etikett? Da. Harmony nach Texien. So. Wie schwer ist das Ding? Drei Kilo. Was ist drin? Sieht gut aus. Scannen. Ein Vögelchen. Und ein Vogel. Der ist ja süß. Der ist knuffig. Ist das Ding immer... Okay, es ist immer gleich. Alles klar. Äh. Schwarzlicht. Gut. Gewicht. Drei Kilo. Das Ding geht nach Texien. Also. Drei. Vier. Sechs. Siebenfünfzig. Müsste es haben. Siebenfünfzig hat's. Wir trinken einen Schluck Cola. Kleben den Koffer zu. Abweichne. Oh, Leute. Also. Moment. Nur für mich zum Verständnis. Ich hab das nicht vorgelesen. Ach so. Doch. Hab ich vorgelesen. Ob auf den Wahrheitsgemäß Angaben gemacht wird. Ah. Wollt ihr mich verarschen? Okay. Das wird sehr anstrengend. Ich seh's schon. So. Kommunist-Daten nach Texien. Wieso durch Bendeherz-Vogel-Kochmesser? Wieso durch Bendeherz-Vogel-Kochmesser? Großer Vogel. Vogeltest ist negativ. Da ist ein Kotzfleck. Mit dem Fingerabdruck. Das ist okay. So. Drei plus zwei. Ist zu wenig Porto drauf. Brainyton. Kommunista. Skypage. Bendeherz-Bombe. Federbibchen. Ergänzglas. Bombe. Ja. Wir verschicken eine Bombe. Alles klar. Kann man machen. So. Fast fünf Kilo. Das Ding ist auslandend. Also fünf. Plus zwei, 50 sind sieben. 50 sind acht, sind neun. Und zwei sind elf. Das passt. Das ist anstrengend. Ach, du Kacke. So. Kommunista. Falsche Flagge. Weg damit. Hallo? Vulkow war doch... Ne, war nicht. Gut. Geht nach Texien. Schwer. Untergewicht. Scan. Gelen. Große, die damit kleinste Wind. Gut. Inhalt passt. Wir haben kein... Drogen... Äh... Kein Pulver. Leuchten mal ab... Kurz Flag. gut aus zwei kilo inland also drei vier fünfzig sechs das passt dann reiche mir das klebeband da kommt ein pulverpaket an als erstes machen wir einen drogetest dann leuchten wir mal ab kurz wo soll der kollege hin das stimmt geht nach text hier inhalt zwei mal spender zwei rattengift ist okay 3 4 5 50 57 der katz der kast hat gut gelitten zwei kilo mischtest kotzfleck kreminia kreminia passt sonnbei also ausland gewicht unter 5 sind 5 stopp inhalt spendeleinskuchen im glaspar 5 spendeleinskuchen im glaspar 5 easy clap tiefgekühlt und medizin plus auslandszuschlag sind 4 und 5 sind 9 das habe ich gesehen das passt klebeband und weiter drogen test so schwarzlicht test ausland alle 4 also 12 4 6 50 7 8 und 15 13 müsste es haben es hat 13 auch dieses paket ist absolut in ordnung natürlich also bis auf die ressourcen die es beim transport erlitten hat abwechner inhalt das hatten wir doch gerade kontrolliert oder nicht bin ich doof? anscheinend schon chat sag mal was habt ihr das gesehen? habe ich den inhalt kontrolliert? oder bin ich einfach nur dumm und komplett retarded? so so das stimmt Samuel Huber ahja gewicht 4 hier spritze parfüm wundschlitz erdbeere apfel erdbeere pizza da ist zu viel essen drin drogen test erfolgreich fulkow ist erlaubt packliste parfüm glas kochmesser mundschutz parfüm glas kochmesser mundschutz Saatkugel die Saatkugel stand nicht auf dem Schein sehr geehrte Zuhörer Radiotexien mit einem Sonderbericht unser Land muss im Moment eine Reihe von terroristischen Operationen ausländischer Mächte über sich ergehen lassen von schier unerklärlichen überbelichteten Fotos bis hin zu nach dem Versand defekten Herzschrittmachern diese Verbrecher machen vor nicht Zeit aber ihre Regierung wird sich schon bald der Sache annehmen guten Abend hallo ihre Kämpfer für ein freies Taxien unsere Daten werden jeden Tag im März durch diesen Staatsapparat ausgespäht und für wer weiß was verwendet der Staat beschädigt dabei durch zu hoch dosierte Scanner Waren und schiebt die Schuhe von sich die Zeit ist gekommen wütend die Faust zu erheben und aktiv zu werden die Parode lautet Revolution ahja toll so 10 waren ok 2 hab ich verkackt weil ich nicht es war beides mal der gleiche Fehler abweichender Inhalt dabei dachte ich das ist also du musst ja auf so viele Sachen mittlerweile achten das ist crazy von daher hm ja ne weißt du Bescheid so äh Freiheitsbonus ihr kennt das Spiel ich lese nicht vor sondern wer lesen möchte der pausiert bitte und wir suchen uns das günstigste raus 464 541 493 und 509 da haben wir natürlich das hier hm verzagen fortsetzen so so und damit sind wir schon am Ende dieser Folge wenn es euch gefallen hat würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen abonniert den Kanal um keine weitere Folge mehr zu verpassen und wie es im Jahr 15 weitergeht das seht ihr in der nächsten Folge macht's gut bis dahin und tschüss und tschüss